Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana ist die dreigliedrige, zum Fuß schauenden Rückenstreckungshaltung. Trianga heißt drei Glieder, Mukha heißt schauen, Eka heißt eins, Pada heißt Fuß, Mukhaikapada heißt zum einen Fuß schauen und Paschimottanasana, Paschima ist der Westen, Paschima steht aber auch für die Rückseite des Körpers, Tana heißt strecken. Übrigens, es gibt Paschimottanasana, das ist Paschimottanasana, intensive Streckung, die gleiche Übung heißt auch Paschimottanasana, das ist einfach die Streckung der Rückseite, also Paschimottanasana und Paschimottanasana sind beides Streckungen der Rückseite des Körpers. Paschimottanasana wird übrigens geschrieben mit einem T, Paschimottanasana mit zwei T's. Gut, nach dieser langen Einleitung zeigt jetzt Anu, wie es geht, also dreigliedrig heißt, dass du jetzt das linke Bein, also Ausgangsposition ist der Langsitz, dann beugst du das linke Knie und du gibst den linken Fuß neben das Becken und du setzt dich praktisch, bleibst auf dem Boden, wo der Fuß ist neben dem Becken. Und das ist jetzt der Trianga, du hast jetzt eben den Fuß aus dem Weg und jetzt hast du mit drei Händen, mit drei Gliedern, zwei Händen und Fuß, wo die eigentliche Streckung passiert. Und jetzt fasst du mit beiden Händen an den rechten Fuß und du schaust zum Fuß hin. Also es gibt natürlich noch andere Variationen, wo du den Kopf hinunterhängen lassen würdest, aber in Mukhaikapada ist das Charakteristische, dass du eben tatsächlich zum Fuß hinschaust und dabei ist der Kopf leicht in der Rückbeuge. Dieses Mukhaikapada hat den Vorteil, dass du die Wirbelsäule relativ lang hältst und vermeidest zu viel, dich nach vorne zu beugen, dafür die Dehnung mehr im Bein hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.